Hey zur 32. Folge des HeyMediaCreation Podcast. Letzte Woche war ja die Woche der Enttäuschung. Diese Woche sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus, denn es wurden ein paar neue Technik lecker bisschen vorgestellt. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, wir konnten mit einem neuen iPhone rechnen. Es ist ein neues iPhone gekommen und darauf freuen wir uns natürlich, gucken wir uns genauso an wie die neue GoPro, die zwei Tage später rauskam. Und zu guter Letzt quatschen wir noch ganz kurz über die Neuerungen in Bezug auf Influencer-Werbekennzeichnung. Das klingt schon richtig sexy, ist auch richtig sexy und deswegen gibt es all das heute ausnahmsweise mal nach dem Intro. Nein, klarer Spaß. So wie immer. Viel Spaß. Im Intro habe ich es gerade noch als letztes gesagt, dass wir uns die Werbekennzeichnung für Influencer am Ende angucken. Aber das machen wir natürlich als erstes, damit wir diesen Unsexy-Punkt direkt von der Liste streichen können und uns um die schönen Dinge kümmern können. Also, was hat es damit auf sich? Also man hat das oder viele von euch haben das mit Sicherheit mitbekommen. Ja, die letzten Jahre war das immer so ein Thema. Was müssen Influencer als Werbung kennzeichnen und was nicht? Ganz vorne bei dem Thema mit dabei war am Ende immer Kathi Hummels, die, ich glaube, man sagt noch Ehefrau von Mats Hummels, die ja dagegen am Ende des Tages einfach geklagt hat. Und am Ende waren Leonie Hanne und Luisa Maxime Huss mit dabei, die da vor Gericht sozusagen sich mit dieser Frage beschäftigen mussten. Und der Bundesgerichtshof hat das am Ende jetzt entschieden. Was müssen Influencer als Werbung markieren und was nicht? Dazu würde ich sagen, gehen wir das ganz einfach an einem Beispiel durch. Also, Kathi Hummels wird gefragt von ihren Followern, ey, du hattest voll den schönen Mantel an, wo hast du den Mantel her? Ja, so, jetzt ist natürlich die Sache, die, wenn sie eine Marke nennt, also wenn sie sagt, woher sie diesen Mantel hat, wird sie eine Marke nennen. So, bei einer Followerschaft von mehreren hunderttausend Menschen, schwierig, ehrlich gesagt, schwierige Frage. Das bloße Nennen einer Marke, beziehungsweise es ist ja nicht das bloße Nennen einer Marke, sondern es ist ja eigentlich eine positive Erwähnung, weil, wenn man Kathi Hummels folgt, dann findet man sie im Normalfall gut, wenn Kathi Hummels diesen Mantel trägt, dann findet sie den gut und et voilà, wir haben eine positive Markenerwähnung. Jo, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht, komm mal klar, der Bundesgerichtshof, der hat entschieden, wenn Kathi Hummels einfach nur sagt, Zara, easy, wenn sie die Marke erwähnt und das in Form eines Tab Tags tut, ein Tab Tag ist sozusagen, du gehst hier oben bei Instagram auf die Symbol, gehst auf Erwähnung und suchst den Kanal, den Account von Zara, ja, dann ist das ein Tab Tag, dann kann man da draufklicken und kommt auf den Account von Zara. Das ist absolut okay, solange, und das ist der wichtige Zusatz an der ganzen Geschichte, solange der Influencer dafür keine Gegenleistung erhalten hat. Das heißt, wenn Kathi Hummels sagt, ey, die Jacke ist von Zara, nichts dafür bekommen hat, einfach nur sagt so, ey, die ist von Zara, ich wurde gefragt, bitteschön, easy. Wenn sie allerdings eine Gegenleistung von Zara erhält, zum Beispiel, kannst du bitte einen Zara-Hall machen, hier sind ganz viele Sachen, und verlinke auf unseren Account, dann muss das definitiv als Werbung gekennzeichnet werden. Bisschen schwieriger gestaltet sich das noch mit Links, also wenn man, man kann ja jetzt nicht mehr hochswipen, manche können noch, manche nicht, aber grundsätzlich, wenn man über eine Verlinkung, entweder Scribe-Up oder Link-Button, auf eine Seite von einer Marke verlinkt, ist das auch nochmal ein bisschen, ja, schwieriger zu betrachten. Grundsätzlich verstehe ich den Punkt von Influencern, jedes Mal, wenn du eine Marke nennst, ist irgendwie ja schon so ein bisschen werblich, aber du hast keinen Bock, alles immer als Werbung zu markieren. Grundsätzlich würde ich sagen, ey, liebe Influencer, hört doch einfach mal auf, für alles, für jeden Scheiß Werbung zu machen. Klar, manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dann muss man einfach mal eine Marke nennen, dann macht das jetzt in Zukunft so, oder schreibt einfach, einfach ganz transparent, unbezahlte Werbung oder Werbung dahin. So, ist eigentlich nicht so schwierig, man kann sich da natürlich auch jahrelang mit beschäftigen, das haben die jetzt gemacht, deswegen müssen wir da nicht noch länger drüber reden. Also, das war's zur Influencer-Werbe-Kennzeichnung, cooles Thema. So, jetzt geht's weiter. Am Dienstag, am letzten Dienstag, also vor einer Woche, war Apple Keynote. Yes! Und es gab ja schon so ein paar Sachen, die man erwarten konnte. Also, iPhones hat, glaube ich, keiner so richtig daran gezweifelt, dass es neue iPhones geben wird. Das war eigentlich von vornherein klar. Es gab aber so ein paar Punkte, da konnte man überlegen, kommt da was, kommt vielleicht ein iPad, kommt eine Apple Watch, kommen Airpods. Also, es waren so ein paar Sachen auf jeden Fall in der Gerüchteküche am Köcheln, sage ich mal. Und ich würde sagen, wir gehen das einfach mal Schritt für Schritt, chronologisch von Anfang bis Ende durch. Was hat Apple vorgestellt? Also, als allererstes kam das iPad. Das iPad Mini ist auf jeden Fall die deutlich spannendere Geschichte. Das normale iPad, das hat Apple ja irgendwie so degradiert, so zum Einstiegsmodell. Das hat ja immer noch den Home-Button unten. Also, das ist wirklich, wirklich Einsteiger, Einsteiger, Einsteiger iPad. Finde ich super uninteressant, brauchen wir nicht drüber reden. Das iPad Mini hingegen, muss ich sagen, finde ich sehr interessant. Vor allem, weil es jetzt auch diesen iPad Air, iPad Pro Look bekommen hat mit diesem, ja, kompletten Bildschirm. Und dann eigentlich ist es mehr am Air dran, sind wir ganz ehrlich, weil es hat auch den Touch-ID-Button bekommen. Deswegen, das, ja, genau, ist auf jeden Fall deutlich näher am Air dran. Was es auch kann, es kann mit dem Apple Pencil der zweiten Generation umgehen, was ganz geil ist, weil ich habe ja das iPad Air hier. Jetzt gerade nicht bei mir, aber grundsätzlich habe ich eins, ja. Wenn du damit unterwegs bist, also so ein 11-Zoll-Ding ist schon groß. Das ist schon echt groß. Und ich kann jeden verstehen, der sagen, ey, das ist mir teilweise ein bisschen zu groß. Ich bräuchte eigentlich was Kleineres. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, das iPhone ist mir zu groß und deswegen gibt es ja das iPhone Mini. So, klar, verkauft es jetzt nicht so gut, aber whatever. Grundsätzlich verstehe ich das. Ich verstehe aber auch Leute, die sagen, ey, ich will ein Tablet und dann reicht mir jetzt so die Größe von dem Mini nicht unbedingt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe, warum Apple das gemacht hat. Ich sehe aber ehrlich gesagt die Use-Case für das iPad Mini doch sehr begrenzt. Also vor allem auch zu dem Preis, weil wir hatten so ein kleines Rudelgucken hier wieder gemacht und haben dann so Preise geraten. Ich muss sagen, die 549 Euro für die ganz normale Basic-Variante mit Wi-Fi finde ich schon echt viel. Also das finde ich wirklich viel, vor allem im Vergleich zum Air. Es ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das Air gerade liegt, bei wie viel Euro. Das können wir einmal ganz kurz hier nachgucken. Natürlich hier in der ganz normalen Space-Grau-Variante. 649, ja, es ist 100 Euro teurer sozusagen. Aber ich würde sagen, diese 100 Euro sind auf jeden Fall gut angelegt, weil wenn du ein iPhone hast, ja, ich meine, wie hält der Kollege dieses iPad auf den ganzen Bildern, was du überall siehst. Er hält es, ich kann es einmal hier grob zeigen, er hält es so, wie ich das iPhone halte. So, ja. Ich bin gespannt, also klar, er hält es natürlich dann so. Es ist dann doch noch ein bisschen größer so, keine Frage. Aber, pfff, weiß ich nicht, ob man da nicht wirklich lieber auf das Air gehen sollte, als auf das Mini. Jeder, der sagt, ey, Mini reicht mir von der Größe, go for it. Du sparst 100 Euro, es kann im Endeffekt alles, was das Air auch kann. Es hat sogar den besseren Chip, ne. Dementsprechend ist am Ende des Tages einfach eine Frage, was einem besser gefällt und was man wirklich braucht. Das Pro, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich sicher, ist für die meisten einfach Overkill. Genau, deswegen Air oder Mini, what you like. So, dann kam bei der Apple Keynote ein sehr spannender Punkt. Es ging um die Apple Watch. Und ich muss sagen, ich habe ja hier noch die Apple Watch der fünften Generation. Also, das ist jetzt zwei Jahre her sozusagen. Und bin damit eigentlich happy. Ich muss aber sagen, ich habe im Vorhinein schon ein paar Leaks gesehen. Und die sagten, dass die Apple Watch das Design vom iPhone 12, beziehungsweise vom iPad Air oder Mini oder was auch immer, beziehungsweise Mini konnten sie ja noch nicht sagen, das war ja noch nicht raus, bekommt auf jeden Fall mit eckigen Kanten. Ja, nicht mehr dieses runde Design, was ja auch seit dem iPhone 11 eingestellt wurde, bei den iPhones. Und ich muss sagen, wäre das so gekommen, ja? Wäre das so gekommen? Oh, ich hätte mich so hart getriggert gefühlt, weil diese Uhr hätte wahrscheinlich nicht, oder sie kann ja jetzt auch, sind wir mal ganz ehrlich, sie kann nicht viel mehr als die Generation 6. Es hätte mich einfach nur hart getriggert wegen des Designs, ja? iPad in dem Design, iPhone in dem Design, Uhr in dem Design. Aber wie, wie zum Teufel konnten alle, alle da draußen im Internet falsch liegen und die Uhr hat dieses Design nicht bekommen? Sie ist einfach nur ein bisschen größer geworden, ja? Und wenn ich jetzt hier drauf gucke, ja, ich sehe einen Rand und jetzt geht der Rand, also der Bildschirm geht mit in diesen Rand sozusagen über. Also man kann, wenn man von der Seite drauf guckt, ganz leicht noch Bildschirm sehen. Kennen wir noch von irgendeinem Samsung-Smartphone vor ein paar Jahren. I don't care. Ja, und Feature-mäßig, sind wir ganz ehrlich, Feature-mäßig kann die jetzt nicht sonderlich viel mehr. Letztes Jahr kam ja wenigstens Blutsauerstoffgehalt mit dazu. Dieses Jahr kam quasi nichts mit dazu. Ich sage ganz ehrlich, die Apple Watch wird nochmal einen richtig krassen Hype bekommen, sobald Blutzuckermessen mit der Apple Watch möglich sein wird. Denn wir haben so viele Diabetiker in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt. Und das ist wirklich ein Punkt, so klar, du kannst ein EKG mit deiner Uhr machen. Es gibt mit Sicherheit ein paar Leute, für die das wichtig ist, das hin und wieder zu machen. Aber grundsätzlich würde ich mir keine Siebener Uhr kaufen. Ich glaube, die Fünfer oder die Sechser, ich bin mir nicht ganz sicher, eine von beiden gibt es jetzt auch noch im Store bei Apple. Und natürlich die Apple Watch SE. Jeder, der einfach nur eine Apple Watch oder eine Smartwatch haben will und die dann im besten Fall von Apple sein soll. Ey, nehmt euch die SE. Das bisschen, was die mehr können, ist den Preis, diesen Aufpreis von knapp 200 Euro einfach nicht wert. Wert. Gut, ich bleibe also bei meiner Series 5 und mit der kann ich dann ja auch auf Apple Fitness Plus zugreifen. Yo, Apple Fitness Plus kommt nach Deutschland. Aber nicht sofort, nein. Irgendwann 2021. Und jetzt, das ist wirklich eine Frage, die ich mir gestellt habe oder die wir uns hier beim kleinen Rudel gucken zu zweit gefragt haben. Oh, Leute, es ist spät. Tut mir leid. Fitness Plus, Apple Fitness Plus kam letztes Jahr raus und war irgendwie für eine Handvoll Länder verfügbar. Da habe ich mich schon gefragt, so okay, warum? Warum? Also ich kann auch Englisch, ich würde es auch gern nutzen. Gut, war nicht möglich, hat mich schon ein bisschen angepisst so, aber gut, war halt nun mal so. Jetzt kam das nach Deutschland, dachte ich so, boah, mega geil, freue ich mich. Jetzt hat Apple in diesem einen Jahr nicht etwa, also es hätte ja ein paar Möglichkeiten gegeben. Entweder du sagst, ich mache es jetzt noch für ein paar mehr Sprachen verfügbar, habe eigene Trainer, wie zum Beispiel Peloton das hat, die dann eben auch Deutsch sprechen. Oder ich übersetze das, also ich synchronisiere das, dass in dem Ding Deutsch gesprochen wird. Was hat Apple gemacht? Untertitel. Untertitel, fucking Untertitel. Es gibt jetzt, wenn du das in Deutsch nutzen möchtest, diesen Kurs in Englisch mit deutschen Untertiteln. Also sorry, aber es hat ein Jahr gedauert, Untertitel zu machen? Das ist schon ein bisschen Armutszeugnis, um es mal ganz ehrlich so zu sagen. Ich werde es nutzen, keine Frage. Also ich werde es zumindest mal ausprobieren, weil der Preis ist schon stabil. Ich meine, klar, es gibt dieses Bundle von Apple. Da hast du dann Apple Arcade, Apple Music, ein bisschen iCloud-Speicher. Apple News gibt es in Deutschland nicht. In Amerika macht das Sinn, da irgendwie 14 Dollar für zu bezahlen. In Deutschland zahlst du 9,99 für Apple Fitness Plus. Ich meine, klar, du kannst das Bundle nutzen, aber ich nutze Apple Arcade nicht, ich nutze Music nicht. Macht keinen Sinn für mich. Und die 99 Cent für iCloud, ja, die zahle ich auch so. Ich verstehe nicht, was die da gemacht haben. Weil es ist super geil, deine Fitnessdaten, dein Herzschlag, also Puls. In das Ding reinzukriegen mit Workout-Anzeige. Boah, es ist echt schlimm. Es ist echt schlimm, ich bin so müde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nur ermüdend, über dieses Thema zu sprechen. Können wir einfach einen Schritt weiter gehen? Ja, können wir machen. Denn, was kam danach? Ja, es war schon Zeit für das iPhone. Das iPhone 13. So, das iPhone 13, sind wir ganz ehrlich, es kann jetzt nicht sonderlich viel mehr wie das iPhone 12. Habe ich gerade wie und als verwechselt? Als das iPhone 12, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, es hat natürlich einen neuen Chip bekommen. Es kommt wieder in zwei verschiedenen Größen. Es gibt neue Farben. Gut. Ist jetzt alles nicht so sonderlich spannend gewesen. Wenn man jetzt aus Content-Creator-Sicht das Ganze anguckt, jo, dann ist geil, dass die Stabilisierung aus dem Pro-Modell jetzt auch in das normale und das Mini-Modell reingekommen ist. Sehr, sehr geil. Dann haben wir natürlich die Ultrawide-Kamera, die 92 Prozent mehr Licht reinlässt. Auch geil. Nachtmodus besser. Cool, cool, cool. Aber zwei Sachen, die haben mich getriggert. Und zwar einmal, dass du auf deinem iPhone ein Stil einstellen kannst. Ja, das heißt, also Apple nennt das fotografische Stile, bedeutet, du kannst einfach die Einstellungen, die du so verwendest von Farbton, Wärme und so weiter, einfach in Presets, kann man das so sagen, in Presets auf deine Fotos anwenden. Und zwar so, dass das jedes Mal passiert. So, das klingt jetzt im ersten Schritt erstmal richtig geil, ja. Das Problem ist nur folgendes. Du kannst jetzt ja zum Beispiel kein Lightroom-Preset in deine iPhone-Kamera-App reinladen. Geht nicht. Was du machen kannst, du kannst Helligkeit machen, du kannst Schatten, Kontrast, dies, das, kannst du alles einstellen. Das Ding ist aber, jeder, der ja ein bisschen professioneller mit dem iPhone arbeitet, der wird das Bild im Nachhinein irgendwie Lightroom-mäßig bearbeiten. Oder wenn es halt nicht Lightroom ist, mit irgendeiner anderen App. Oh Gott, ey, das gehört echt verboten gehen. Aber ey, tut mir leid, sorry. Also, der wird das im Nachhinein bearbeiten. Für den kann das vielleicht interessant sein, dass die Einstellungen so sind, dass es auf das Lightroom-Preset besser anwendbar ist. Das sehe ich, aber alles andere ehrlich gesagt nicht. Das heißt, es wäre eigentlich ein Feature für Leute, die jetzt nicht professionell arbeiten. Bei den Leuten, bin ich nur ganz ehrlich, sehe ich nicht, dass sie das einstellen. So, deswegen war ich, also fand ich im ersten Schritt, als ich gehört habe, mega geil. Im zweiten Schritt geht so. So, das war sozusagen die Fotogeschichte. Jetzt kommt die Videogeschichte. Was wir im iPhone schon länger haben, ist der Porträt-Modus. Für Fotos. Ja, den haben wir erst auf Gesichter bekommen, hinterher auch auf Gegenstände und so weiter. Funktioniert ganz gut. Du kannst im Nachhinein noch die Hintergrund-Unschärfe einstellen. Super geiles Feature. Kann man super benutzen für alles Mögliche. So. Auf Instagram zum Beispiel gibt es schon Filter, die einen Videoporträt-Modus anbieten. Ja, einfach rechenmäßig den Hintergrund rausrechnen. Funktioniert halt nicht gut. Das iPhone 13 verspricht jetzt, dass es einen Videoporträt-Modus gibt. Und dass du die, also eigentlich nicht nur das, das verspricht eigentlich noch mehr. Das iPhone 13 verspricht, ich gucke in die Kamera. Hinten guckt jemand in die Kamera. Das iPhone erkennt, ich bin scharf zu stellen. Ich gucke weg, weil ich gehne. Das iPhone schaltet auf die Person hinter mir. Ich gucke wieder in die Kamera, das iPhone schaltet auf mich. Das ist das so, wie es in der Keynote vorgestellt wurde. Was soll ich sagen? Geile Sache. Erstmal. Das Ding ist nur, bei einem normalen iPhone haben wir ja keinen LiDAR-Scanner. Das heißt, es ist reine, reine Software. Ja, dieses Tiefenschärfe-Ding ist reine Software. Und ehrlich gesagt, Apple hat ein paar hunderttausend, vielleicht auch Millionen Euro in die Hand genommen, um diese Kino zu produzieren. Das, was sie bei diesem Effekt gezeigt haben, wir haben ja irgendwie so einen kleinen Film gezeigt, war schon nicht hundertprozentig geil. Es gibt immer Sachen, wenn Apple die zeigt, boah, sieht mega geil aus, dann probierst du die auf deinem eigenen iPhone, hm, nicht so geil. Bei dem Feature war es tatsächlich so, das war auch wirklich eins der ersten Male, wo ich mir dachte so, seriously? Das ist aber gar nicht mal so geil. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so spannend, diesen Modus wirklich dann, wenn das iPhone rauskommt, jetzt seit Freitag konnte man ja vorbestellen, mal auszuprobieren. Weil ich glaube, dass, wenn du einfach nur auf irgendeine Person draufhältst, die jetzt so vor der Kamera steht und einfach nur in der Natur, da wird das schon einigermaßen gut funktionieren. Ich glaube nur, dass es schwierig ist, zwischen verschiedenen Gesichtern hin und her zu springen. Das iPhone macht das zwar hauptsächlich selber, man kann das aber auch über Tippbewegungen selber, also manuell machen. Und man kann das im Nachhinein auch noch anpassen. Ich habe das Gefühl, man muss da im Nachhinein noch einiges anpassen, will mich da aber auch noch nicht festlegen, weil es kann auch sein, dass das im Endeffekt ganz gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass das ein Feature ist, das man über Updates noch besser machen kann. Vor allem beim Pro-Modell habe ich da große Hoffnung, weil der LiDAR-Scanner da nochmal ein bisschen genauer arbeiten wird. Aber, long story short, ich bin echt gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Das Ganze wird unfassbar viel Speicher fressen, deswegen gibt es die iPhones jetzt auch einstiegsmäßig mit 128 Gigabyte und nicht mehr mit 64 Gigabyte. Und es gibt eine 1 Terabyte Variante beim iPhone 13 Pro. Jetzt können wir mal grob überlegen. Das iPhone Pro kostet 1149 Euro. Das ist die iPhone Pro normale Standard Variante. Das iPhone Pro Max kostet 1249 Euro. Also das Pro-Modell in groß. Und jetzt haben wir aber noch bisher den Basisspeicher von 128 Gigabyte drin. Wenn du dir 1 Terabyte in dein iPhone konfigurierst, zahlst du 1829 Euro. Aua. Aua. Wirklich. Du kannst natürlich auch beim iPhone hier wieder ein iPhone zum Eintauschen angeben. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Du müsstest eigentlich ein iPhone 12 Pro Max mit 512 Gigabyte eintauschen, damit sich das halt irgendwie annähernd, also annähernd lohnt, damit du halt möglichst viel wieder, also machen wir uns nichts vor, es macht immer Sinn, das privat über Ebay oder wie auch immer zu verkaufen, weil dieser Eintauschservice von Apple, no, einfach no. Gut, das wäre es eigentlich auch größtenteils zum iPhone gewesen. Ja, wirklich groß spannend war es jetzt ehrlich gesagt nicht. Gibt ein paar neue Farben, Speicher verdoppelt und ein paar neue Features. Long story short, the best iPhone Apple ever made. Ist Fakt, ist Fakt. So, the best GoPro, GoPro ever made, kam dann am Donnerstag. Die Hero 10 ist da. Und es wurde natürlich auch hier wieder per E-Mail angekündigt, wie schon letzte Woche, ich habe eine Mail bekommen, diesmal halt nicht von DJI, sondern von GoPro. A new era of GoPro. Puh, dachte ich. Da kann ja was auf uns zukommen. Und es kam, es kam was. Es war krass so, aber im ersten Schritt war es irgendwie wieder so, es war so ein richtiger Apple-Move. Du guckst dir die GoPro 10 so an und denkst so, wirklich? Ihr habt jetzt die Farbe vom Logo geändert? Jo. Das ist es nämlich, was GoPro gemacht hat. Das GoPro auf der GoPro ist jetzt nicht mehr weiß, sondern blau. Hellblau. An der Seite steht 10 Black und vorne steht halt GoPro mit vier Quadraten oder Rechtecken. Ja, das sind Rechtecken, das sind keine Quadrate. Jo, ansonsten sieht die GoPro genauso aus wie die Hero 9. Hat den Vorteil, wenn ihr ein Gehäuse habt, es passt genau auf das oder die GoPro passt in das Gehäuse von der Hero 9. Wenn ihr irgendwelche Filter habt, die ihr vorne drauf macht, passt alles, easy peasy. Es ist, aber leistungstechnisch hat sich dann doch was getan. Also da ist wirklich was passiert. Zum einen hat die GoPro einen neuen Prozessor bekommen, den GP2, also GP wegen GoPro. Nee, Spaß. Also der hat einen neuen Prozessor bekommen, der soll die GoPro doppelt so schnell machen. Das, was ich bisher gesehen habe, sah gut aus. Und ich glaube, dass der auch dringend nötig ist, denn wir können 4K 120 machen, aufnehmen, ja, nicht machen, aufnehmen und 5,3K mit 60 Bildern pro Sekunde. 5,3K, nur zum Verständnis, ist im Vergleich zu 4K 91% größer. 60 Bilder, 5,3K. Das ist wirklich krass. Also das ist wirklich krass. Das wird dir die Speicherkarte voll ballern bis zum Gehtnichtmehr, sind wir uns auch ganz ehrlich. Aber es ist echt geil. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das richtig geil ist. Und was auch geil ist, es ist HyperSmooth 4.0 in die GoPro 10 reingekommen. Das ist nochmal ein Stück geiler als 3.0, obviously. Aber wenn du dir die Videos angeguckt hast, also das GoPro Video zu Hero 10, muss ich sagen, war gar nicht mal so geil. Ich habe mir das knapp, ich weiß nicht, 10 Minuten Video von Peter McKinnon angeguckt, der die auf dem Motorrad draufgepackt hat. So Motocross mäßig und Sprünge und ganz viel Dreck und so weiter und so fort. Und das war echt geil. Also die Stabilisierung in der GoPro ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Und was auch geil ist, es gibt ein neues Finish bei der Kameralinse. Weil jeder, der schon mal eine GoPro genommen hat und irgendwie mit Wasser, ich meine GoPro und Wasser, das geht Hand in Hand, hat schon mal gedacht so, boah, habe ich geiles Footage hier aufgenommen, kommt nach Hause, zieht sich die Sachen auf den Rechener und denkt so, Alter, in jedem zweiten Bild habe ich irgendwie einen Wassertropfen der Scheiße auf der Linse und kann das Bild nicht benutzen. Ich weiß noch genau, damals Malediven, wir hatten diesen Dome dabei. Okay, Dome ist nochmal was anderes, weil das ist nicht die Kameralinse, sondern Dome und eben so über Unterwasser Bilder gemacht. Wirklich, 50, vielleicht auch eher 75 Prozent der Bilder. In die Tonne, weg damit. Richtige ASMR-Folge hier. Ich muss aufhören zu gehen, wirklich. Beim nächsten Mal muss ich das deutlich früher aufnehmen. Sorry, sorry, sorry. Fettes Sorry. Ja, und das ist jetzt eben nicht so oder nicht mehr so. Bei der GoPro ist es so, der Dreck, das Wasser, es perlt einfach an der Linse ab und das finde ich sehr, sehr geil. Jo, das Ganze kostet natürlich auch wieder stabile 520 Euro und das Ding ist natürlich das bei einer GoPro. Also, niemand, nie, nie, niemand, der nicht Full-Time-Content-Creator ist und ehrlich gesagt auch, es trifft ja nicht mal jeden Content-Creator. Also, die Sachen, die du, also die Use-Case, für die du eine GoPro brauchst, sind ja limitiert. Also, du kannst jetzt ja nicht überall eine GoPro gut gebrauchen. Deswegen, ja, Update lohnt sich, wenn, also, wenn du eine GoPro 9 zu Hause hast, verkauf die über Ebay. Die kriegst du immer noch gut verkauft. Die sind relativ wertstabil, weil sich halt auch nicht viel tut, ja. Es ist wie bei den iPhones, wertstabil, weil sich nicht viel tut. Dementsprechend kannst du sie gut weiterverkaufen. Das kannst du mit einer Hero 7, Hero, also auch eine Hero 6 kannst du teilweise noch richtig gut auf Ebay verkaufen. Dementsprechend, wenn du das Update machst, verkauf deine alte, aber du brauchst jetzt nicht beides so, ja, logischerweise. Wenn du sagst, ich brauche eigentlich gar kein Update, bleib bei der Hero 9. Die ist immer noch tipptopp, gar keine Frage. Ich habe auch immer noch meine Hero 6 und Hero 8 hier rumliegen. Hero 10, könnt ihr mir vorstellen, dass ein Update kommt, mal schauen. Aber grundsätzlich, das Abo von GoPro auch nicht ganz uninteressant, muss man auch mal dazu sagen. Weil, wenn man das im Abo macht, spart man, warte mal, habe ich eben 530 gesagt? Warte mal, warte mal, warte mal. Jahresabo. Ja, okay, doch. Okay, stopp. Ja, ja, Jahresabo. Aber im Jahresabo hast du dann schon das Bundle mit dabei. Oder bin ich jetzt... Nee, das Bundle ist einfach nur günstiger, okay. Ja, okay, alles klar, verstehe. Normalerweise 529, wenn du das Abo jetzt holst, 429. Und du tauschst dann halt immer die GoPro für die neue ein. Kann ganz okay sein, zahlst halt jedes Jahr 429 Euro, ne? Kannst auch sagen, ich kaufe mir jedes Jahr die neue so und verkaufe die dann privat weiter. Gut, das muss jeder für sich selber wissen. Ich muss sagen, die Woche hat richtig Spaß gemacht mit der Apple Keynote und der GoPro Keynote. Und es ist ja so, bei Apple warten wir ja auch immer noch auf MacBooks. MacBooks, die großen MacBooks. Mit dem M1X oder M2 oder wie auch immer er dann heißen wird, mit dem neuen Chip. Und die kamen ja jetzt noch nicht. Letztes Jahr hatten wir ja auch, ich glaube... Hatten wir letztes Jahr drei Keynotes am Ende des Jahres? Ich weiß gar nicht. Oder waren es zwei? Ich glaube, es waren drei. Naja, wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch eine weitere Apple Keynote für den Mac geben wird. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da neue AirPods kommen werden, weil ich habe ein bisschen was auf Twitter gelesen. Und zwar gibt es da eine, ja einfach mal so ein Wild Guess, dass die Keynote, die nächste Apple Keynote am 12. Oktober stattfinden könnte. Und zwar gibt es ja von Apple immer diese Back-to-School-Aktion. Das heißt, du kaufst ein MacBook oder ein iPad und kriegst AirPods dazu. Und die letzten Jahre war es immer so, dass die Keynote für die Macs am Tag, nachdem diese Aktion vorbei war, war, dass du halt die neuen Macs nicht mit in diese Aktion reinnehmen konntest. So, die Back-to-School-Aktion von Apple endet dieses Jahr am 11. Oktober. Und dementsprechend wäre dann der 12. Oktober frei für eine eventuelle Keynote. Ist ein Dienstag, würde sich also ganz gut anbieten. Also, ich würde da einfach mal so einen Zehner, würde ich mal draufsetzen. 12. Oktober, schauen wir mal, was wird. Ansonsten, Canon hat noch die R3 jetzt offiziell vorgestellt, war auch ganz okay. Wenn das interessiert, guckt euch das mal an. Und ja, ansonsten würde ich sagen, habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch. Hey, Dundrande. Hey, Dundrande ist schwedisch und bedeutet so viel wie großartig. JP Performance, JP, ihr kennt den, der Kollege mit den Autos hat ein Video hochgeladen am heutigen Sonntag. Ist nur drei Minuten lang und er sagt ganz kurz, ey Leute, es geht nicht um Autos, es geht um was anderes, nämlich um die Pflege. Und ich finde das Video echt geil gemacht. Und zwar wird ein Auto-Zubehör-Produkt, irgendwie ein Pflegemittel oder so, beworben. Und zwar funktioniert das oder wird hergestellt aus Schweiß von Pflegekräften und Tränen und dies und das und jenes. Und das klingt jetzt ein bisschen weird, ja. Guckt euch das Video einfach an. Long story short, Pflege ist kein Produkt. Pflege sind Menschen. Und Video finde ich gut, Message finde ich gut. Deswegen, da kann ich so eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Ich finde es auch qualitativ echt gut gelungen. Dementsprechend, ja, Props an JP. Muss ich sagen, ich habe zuletzt viele Videos von ihm geguckt. Vielleicht heute Abend nochmal eins. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.